Hallo und herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas und draußen, der Sky ist am Start, sonst wäre ich noch runter. Let's Play, Berg und mit einer sehr interessanten Konstruktion hier, ich weiß nicht, ob man mich hören kann, das ist also so ein kleines Testlauf, eine dicke Kamera mit meinem dicken Mikro hat mich hier reingestellt, um zu gucken, ob die Qualität gut ist, ob der Sound gut ist und können wir das Spielchen ein bisschen lauter machen und auf Berg gibt es neue Veränderungen, ihr seht schon, färbt die Welt grün, zwei Tage ist das noch vorhanden und ihr seht, mit dem Update ist alles schön grün geworden jetzt, so wie ich es gerne mal haben wollte die ganze Zeit und ich sage nochmal kurz hier den ganzen Mumpitz ein, den wir hier haben, dann gebe ich euch ein kleines Update, was zur Zeit hier alles passiert ist, ohne Zahn sammeln wir gleich ein, hoffentlich haben wir das mal bekommen, was wir die ganze Zeit gesucht haben jetzt, mal wieder gucken, hier ist so recht man hier, so zack, hier muss ich hier ne und dann haben wir hier noch, schön, hier schön, warum ich den habe, erkläre ich auch gleich, das ist eine ganz coole Geschichte gewesen, hier haben wir nochmal ein bisschen Holz, hier haben wir ein bisschen Fisch wieder, hier haben wir ein bisschen Holz, hier haben wir ein bisschen Fisch und das brauchen wir halt, dann sammeln wir erstmal hier, wisst ihr, ich habe den grünen Tod hier nicht zur Verfügung, ich kann das Päckchen eh nicht kaufen, okay, Fisch, eine Rune, 100, 1000 Holz, 10 Runen, zack und dann gucken wir jetzt, was ohne Zahn dabei hat, ohne Zahn ist zurück, hat 3 Päckchen, eine Million Holz, eine Million Fisch und eine Million Holz, alles was ich nicht brauche, das heißt, es gibt jetzt zur Zeit den Wolkenspringer zu finden und ich bezahle jetzt bis und geht nicht mehr die ganze Zeit 3 Päckchen, aber ich habe ihn nicht einmal gefunden, also jetzt habe ich nicht immer, weil sonst hätte ich auch ein paar Mal schon diesen Drachen hier gehabt, sonst hätte ich jetzt 4 oder 5 Mal diesen Drachen hier, okay, ist aber ein anderes, Perweil, Schnauze, und dann können wir den hier wieder auf Titantraining schicken, ich meine, guckt euch das an, wie oft er den Titantraining schon versaut hat, das ist unglaublich, schlechter Junge, wenn er es jetzt wieder verkackt, dann weiß auch nicht mehr, okay, was er erneuert hat, wir rüsten gerade unsere Metalle zu Level 10 auf, können das hier fast mit 35 Holz nur und wenn ich draufgebe mit 3,5 Millionen Holz, demnächst aufrüsten wieder, ähm, Schst, Jasmiu, Perwoll, die ganze Zeit hat es die Schnauze, jetzt nehme ich wieder auf, jetzt bist wir am Jammern, ähm, ich habe keine Ahnung, wie fahren wir denn überhaupt, also ich habe vor 2 Minuten, glaube ich, angefangen, Perwoll! Ja, du bist gemein, meine Fresse, ähm, das ist ja, die ganze Zeit war so ruhig, jetzt nehme ich auf, jetzt sind wir rumzumeckern, ähm, haben gerade 2 Drachen nur noch im Training, okay, okay, wo ist der dritte Drache, welcher ist der dritte Drache? Das weitere ist halt eine Neuerung hier hinten, die, ähm, den habe ich geschenkt bekommen, den Fleischklops hier, und, ähm, die beiden, heute konnten wir aufrüsten und dann halt die Drachen dementsprechend durch hinbringen, ähm, jetzt können wir den Stromfall auch direkt ein bisschen, zack, 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 können wir es auch mit 1,8 Millionen zum Training schicken auf Level 49, ähm, wo wir gerade beim Training sind, können wir mal gucken, wie weit, ähm, so die Drachen an sich sind, wo wir uns halt auf der Suche, wir haben hier, ähm, den Gabenschnack auf Level 48, hier haben wir einen auf Level 52 in den Regenschneider, ähm, den Hakadu haben wir auf Level 53, ähm, der hier geht, glaube ich, auf 40 gerade, 33, ähm, unseren, ähm, Flüsser und den Tod haben wir 52, der, keine Ahnung, wie der nochmal hieß hier, der Schockdrache auf 52, der tödliche Nadd auf 53, ähm, Training 48, Sturmfall 39, 14, damit ihr mal so sieht, was eigentlich gerade zu Drachen zu Training sind, der Süße Rachlinge ist auf 28 Grad, er ist ziemlich hinten dran zur Zeit, ähm, und so sieht das soweit aus, bis zu diesem hier sind eigentlich alle außerhalb auf Berg drauf, die hier sind alle noch in der Versammlungshalle zu sehen, und, ähm, ja, ich hab viele Drachen doppelt, dreifach, vierfach, unglaublich, keine Ahnung, was ich mit so vielen Drachen machen soll, hoppala, muss ab und zu mal auf die Aufnahme gucken, okay, was jetzt neu rausgekommen ist, ist, dass wir mit den Drachen eine Mission haben können, und zwar reisen, und das machen wir mal direkt, dadurch, dass ich diese Reise mal gemacht habe, ähm, hab ich eine, äh, du kannst dann drei Aufgaben erledigen, jetzt mal kurz gucken, drei Stück, drei, dreie, ähm, und vor Aktion kriegst du halt nochmal, äh, ne Belohnung halt, sag ich jetzt mal, und dann kannst du, äh, hast drei Aufgaben und drei Belohnungen, dann musst du einen Kreis drehen, und dann hab ich hier diese, für 20, normalerweise kostet das 20 Euro dieses Päckchen, hab ich das so bekommen, und, ähm, hier können wir uns jetzt entscheiden, äh, äh, was wir hier so bekommen, ähm, wir haben die Möglichkeiten zu kriegen, hier haben wir wieder so ein, äh, Special Päckchen, und was haben wir hier die Möglichkeit, wir sind hier, keine Ahnung, was das für, äh, für Aktionen hier sind, ein paar Runen, ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, Früchte, ein Megapäckchen, ein Ei können wir hier kriegen, ähm, jetzt müssen wir uns entscheiden, was wollen wir hier machen, ähm, wir haben sogar hier vier Aufgaben, das ist natürlich noch krasser, und ich würd einfach jetzt mal, so, um's halt jetzt mal geil zu machen, will ich einfach mal sagen, okay, wir können mal gucken, was Fleischklopps zur Verfügung hat, so ist es nicht, Fleischklopps hat, oh, Level 42, mit 52 benötigen wir hier, und hier haben wir halt die ganzen Sachen zur Auswahl, also die könnten wir alle kriegen hier, ähm, dann würd ich einfach jetzt mal wirklich sagen, wir machen das, ich weiß gar nicht, ob man das mit ohne Zahn auch machen kann, ist das die Möglichkeit, ja, aber erst ab Level 100 kann ohne Zahn dies, und dann würd ich sagen, einfach mal, weil es so eine Special Aktion jetzt gerade ist, machen wir mal die 100 Runen, und, ähm, oh, okay, doch ein bisschen anders als gedacht, ähm, weil normalerweise, äh, äh, ähm, hätten wir jetzt die Möglichkeit die Aufgaben zu erledigen, schade, jetzt hab ich so ein bisschen, ähm, na ja, okay, äh, wir können ja trotzdem zwei Runenino hier schicken, der ist für zwei Stunden jetzt unterwegs, dann können wir die Aufgaben erledigen, die erste Aktion war ein bisschen schneller gehend, jetzt haben wir hier nur so kurz gehend, das ist natürlich ein bisschen doof, hätte ich vielleicht ein bisschen vorbereiten können, das habe ich jetzt nicht gewusst. Das sind so die ganzen Aktionen, die wir zur Zeit jetzt haben, das sind so viele Neuerungen jetzt halt, wir können auf 112 halt bringen, allesamt. Ja. Das ist das, was so seit am Laufen ist. Zwei Drachen haben wir jetzt im Training. Einen dritten Drachen werde ich jetzt auch noch reinschmeißen, weil ich scheiß auf diese Ballista da. Die Frage ist nur, wen schicken wir? Wir gucken mal, achso, die Fischhutter habe ich jetzt auch voll ausgerüstet, die sind jetzt auch drei Stück. Wir haben jetzt 3x3 sozusagen zur Verfügung. Wir könnten jetzt halt ihn hier schon mal ins Training wieder schicken, mit 12.000 Holz kommen, zack, hier in einer Stunde ist er fertig. Dann haben wir das auch erledigt. Ja. Das ist das alles, dann haben wir hier nochmal, zack, 242, Gabenschnack, der wird 20 Stunden, 2,4 Millionen, wir haben jetzt drei Stück drinne. Der wird aber glaube ich als nächstes, weil ich den als nächstes auf Level 52 bringen will. Das gibt einen ordentlichen Schub, wenn die auf Level 52 kommen, den Titan-Training halt machen. Können sie halt nur, weil ich Weikers Zufluchtshütten-Gedönsie hier fertig gemacht habe, können wir noch aufwerten, aber halt erst ab einer bestimmten Stufe. Den Drachen haben wir noch lange nicht frei. Wir sind zur Zeit, wir können es auch mal hier zeigen, hiervon habe ich 50, hiervon habe ich 20, hier habe ich 5 von 5, hier fehlen mir 4, hier fehlen mir 8 und hier fehlen mir 27, ist das richtig? Ja, das ist 27. Dann haben wir als nächstes den Knochenräuber. Als brutale Variante. Ist halt auch noch ein bisschen was zu suchen. Dann haben wir hier den Hakadumu. Exotische Form. Die ist das und jenes ein bisschen halt. Ist halt nur am suchen. Hier haben wir, mir fehlt noch eins und 140 von denen für den Skrill. Drei davon, drei haben wir davon, einen davon, das ist also jetzt nicht wirklich irgendwas großartiges, danach kommt 7,15 Millionen Fisch. Das gleiche mit Holz und das gleiche danach die Runen. Okay. Wir können auch gerne ein kleines Kämpfchen machen, wenn dazu Lust ist. Können wir es gerne machen. Apropos Kämpfe, zur Zeit ist auch Pokémon Tekken am Laufen auf dem Stream. Den kann ich natürlich über YouTube nicht laufen lassen, weil es noch kein Partnerprogramm gibt. Ich werde demnächst mich mal mit Nintendo Deutschland mal auseinandersetzen. Mich mal bei denen abvorstellen, ob das irgendwie eine Möglichkeit gibt. Die werden mir dann wahrscheinlich eine Antwort geben können. Aufgabe sehen wir zur Zeit hier. Elf von 15 Drachen haben wir im Dreieck trainiert. Dann haben wir hier zwei von drei Sammlungen vollständig. Um den Rumpelhorn habe ich mich noch gar nicht gekümmert. Schließe drei Reisen mit Reitern deiner Wahl ab. Das sind wir zur Zeit am Machen. Habt ihr ja gesehen. Hier sind wir jetzt die Flotte 62 und hier haben wir Erwecke den Immerflügler. Sind wir ja gerade die ganze Zeit daran am Machen. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal kurz einen kleinen Kampf. Wir haben ziemlich mächtige Drachen. Wir haben jetzt schon mit drei schon hervorragend. Aber ihr kennt mich ja natürlich. Wir schicken gleich die ganzen guten Viecher raus und machen gleich Pommes frites aus denen. Rundezahn ist nicht dabei. Auch wenn er 188 hat. Aber der ist gerade halt unterwegs. Kostet uns 72.500 Holz. Dann schicken wir. Wen schicken wir denn noch raus? Komm, wir schicken. Keine Ahnung. Bum, 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 bum. Komm, dann schicken wir noch den hier raus. Haben wir unsere besten Drachen draußen. 72.000. Komm. Die können wir mal. Ich halte mir auch keine Ahnung, wie man jetzt mal zu zweit spielen kann. Das soll ja irgendwie die Möglichkeit sein. Ich weiß noch nicht wie. Das können wir überspringen. Das ist ja easy hier. Ich hoffe, dass die auch irgendwann mal selber so Drachen parat haben. Dass man ein bisschen gegen Drachen bellen muss. Wäre jedenfalls mal voll stylisch. Dann machen wir es so. Eher so ein bisschen hier. So, haben wir es denn jetzt gleich. Dann kann der hier noch ganz hinten. Dann machen wir hier. Dann können wir hier hinballern. So, zack. Wir schießen sich eine Schneide da durch. Das ist easy. Da brauchen wir gar nicht viel zu machen. Zack, zack, zack. Und in der Infobox findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. So, drei Kisten. Das war jetzt easy. Gar kein Problem. Eins, zwei, drei Schlüssel haben wir zur Verfügung jetzt. Auf weiter gehen wir und öffnen einfach mal den ersten, den letzten und eins von den beiden in der Mitte. Dann gucken wir mal, wie viel es kosten würde, das andere zu öffnen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich eine Werbungsgedönse. Hätte ich einfach mal eine Hand drüber. Brauchen wir uns jetzt nicht anzugucken großartig. Weil ich will ja keine Werbung machen in der Art und Weise. Und die Werbung, die sie zur Verfügung stellt, die man so zwischendurch sieht, ist in Ordnung. Aber mehr brauchen wir auch da nicht zu zeigen in der Art und Weise. Meistens können Sie halt denken, was es ist. Ist klar. In der Zeit spiele ich Pokémon 8 wo es ist für die Ankoming Update. Es kommt noch ein Update für Spill Toon. Das wusste ich nicht. So, zack. Das machen wir jetzt zu. Berg hat dieses Mal vielleicht gesiegt, aber eines Tages werden die Drachen nicht mehr für das Dorf kämpfen wollen. Ich verlasse mich nicht auf Drachen. Das ist dein Problem. Sammeln deinen Belohnung rein. Wir nehmen, wie gesagt, das erste, zwölf Stück, das letzte, 42.000 und eins in der Mitte. Zack. Jetzt kostet es zehn Runen. Das machen wir einfach mal. Ja, wir haben noch mehr für Schneider. Wir haben elf Runen gesammelt. Sehr schön. Wir können jetzt das um 3,5 Millionen aufrüsten. Wir haben aber das Geld nicht ansatzweise dafür. Also es halten die ansatzweise dafür. Und für 202 Runen ein paar Holz zu kaufen. Nee, danke. Das mache ich jetzt nicht. Und ja. Das ist erledigt soweit. Die beiden sind auf Suche. Drei Stück sind im Training. Und die suchen hier fleißig. Man sieht also, wenn sie hier im Titanentraining absolviert haben, sind sie ziemlich anders aussehend, wie man halt zum Beispiel auch bei den beiden hier sieht, bei dem Regenschneider und bei dem tödlichen Natter. Der hat sich von der Farbgebung her ziemlich stark geändert. zum Besseren. Also ich finde den so mega cool. Der sieht so richtig geil aus jetzt. Aber das ist meine Meinung. Das könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schroten, was ihr dazu sagt. Wie findet es eigentlich schöner, dieses Grün oder dieses Weiß? Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schroten. Also ich finde dieses Grün wesentlich schöner, wesentlich angenehmer. Wir können uns jetzt noch ein paar Runen holen, wenn wir jetzt diese mit 1,8 Millionen Holz zerstören. Das wird jetzt ein bisschen verschwendet in der Art und Weise, weil ich mich eigentlich zur Zeit nur darauf konzentriere zu trainieren, zu leveln, damit die halt mal richtig schön sammeln hier ohne Probleme. 2.200 Wiking haben wir noch nicht, 1.525 Wiking haben wir auch noch nicht, wir haben 500. Ich glaube ich erhöht sie jetzt auf 750, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 2.230 Drachen haben wir jetzt draußen. Ihr seht ja, was für Drachen wir hier draußen haben. Ich weiß noch nicht, ob ich den Sandgeist und den süßen Raching wirklich behalte, weil irgendwie sind die so ein bisschen mäh. Das ist ja der süße Raching hier. Hoppala. Der süße Raching hier und der Sandgeist ist hier hinten irgendwo vorhanden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Entweder war es der hier oder der da hinten. Das ist der Dorngrad. Wo ist denn der Sandgeist? Der Sandgeist, der Sandgeist, der Sandgeist. Das ist mein Sturmfall. Gute Frage, ich weiß jetzt nicht, wo mein Sandgeist ist, das ist der. Das hier ist der süße Rachling. Wo ist denn? Na, wo ist es kaum schon? Ne, der Eisgrung, das ist der Rachling und der hier ist noch machen. Dorngrad, Eisflüge. Aber der Sandgeist ist weg. Jetzt ist er weg. Weg. Und ich bin wieder allein, allein. Was haben wir denn hier noch so zur Verfügung? Nope. Das will ich nicht bezahlen. Deswegen habe ich auch so ein paar mehr Runen jetzt upötzig gehabt, weil ich halt wie gesagt Special Booster glücklicherweise bekommen habe, wo auch der Eisflüge drin war hier, also der Eisgrunkel. Kältegrunkel. Entschuldigung. Kältegrunkel. Danach müsst ihr eigentlich mal die ganzen Knochen... Das ist der Grobias Ernstfeind. Das ist die Verteidigung. Ne, das ist der Verteidiger und das ist der normale Knochenknacker. Oder? Das ist der normale oder das ist der Verteidiger? Ne, da ist der Verteidiger. Weißt du? Da ist Verteidiger und da ist Normaler. Schauen wir mal, was wir noch so alles hier kriegen, was wir noch alles schaffen werden. Und, ähm, bedanke ich mich jetzt noch soweit, für das Zusehen. Wir machen jetzt schon wieder ein bisschen Überlänge. Äh, wie immer, schreit in die Kommentare. Ähm, und guckt dann in der Infobox vorbei. Da findet ihr einen Link. Zurzeit läuft auf dem Twitch-Kanal so viel Pokémon Mystery Dungeon, äh, Pokémon Tekken, äh, Splatoon, Night of the Rabbit, Minecraft. So viele Sachen zurzeit da machen und es ist auf jeden Fall mega cool. Schaut vorbei. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal anders online gedöseln. Ciao! 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 Ciao!